Deswegen sind alle die Medaillen für meine Bänderheim. Jedes Mal, wenn er mich abholt am Bahnhof, dann kriegt er sie um den Hals zu hängen. Es ist mir wichtig, meinem Sohn zu zeigen, dass man trotz einer Erkrankung oder einem Schicksalsschlag, wenn man es überhaupt so bezeichnen kann, einfach immer noch viel erreichen kann und dass man sich nicht ermutigen lässt und dass man noch viel schaffen kann. Mein Name ist Anke, ich bin 40 Jahre alt und habe seit knapp drei Jahren Parkinson und spiele seit Oktober 2022 hier in Didersheim bei Ping-Pong-Parkinson Tischtennis und liebe es. Die Claudie hat das Ganze gegründet hier. Die Diagnose habe ich seit fünf Jahren knapp und die BPP macht einfach wahnsinnig viel Spaß, gerade mit den Leuten hier. Es ist einfach eine tolle Sache, es bringt die Leute runter vom Sofa. Oftmals ist es ja so, dass sich bei Parkinson die Leute eher zurückziehen und wir haben jetzt inzwischen eine richtig gute Gemeinschaft von 15 Spielern jetzt schon. Es macht einfach wahnsinnig Spaß. Wir treffen uns jeden Dienstag ab 15 Uhr in Didersheim in der Metzweckhalle, oben beim Schützenhaus und Donnerstag dann auch um 19 Uhr. Mittlerweile haben wir auch einmal im Monat dienstags nach dem Training einen Stammtisch. Ping-Pong-Parkinson wurde erfunden von einem amerikanisch-kroatischen Musiker, der festgestellt hat, dass sich seine Symptome verbessern und er besser wieder Gitarre spielen kann, wenn er regelmäßig Tischtennis spielt. 2019 gab es eine WM in New York, wo einige deutsche Spieler auch da waren und die Bewegung, muss man ja sagen, eine weltweite Bewegung inzwischen nach Deutschland brachte und inzwischen gibt es weit über 1000, 2000 Mitglieder in Deutschland und es ist der größte Tischtennisverband Deutschlands mittlerweile. Ping-Pong-Parkinson. Es ist viel mehr als Tischtennis. Es entstehen Freundschaften, man geht auf Turniere national und international und hat da Bekanntschaften und Freundschaften über ganz Deutschland, aber auch weltweit, also Kontakte nach Dänemark, in die Schweiz, nach England. Und wenn man Tischtennis spielt, spielt trotzdem die Krankheit eigentlich keine Rolle. Wenn wir an der Platte sind, sind wir wir und keine Kranken. Unsere Mitglieder kommen überwiegend aus dem Landkreis. Die weiteste Anreise habe tatsächlich ich, ich komme aus dem Nachbarlandkreis. Also wie man hier vielleicht schön sehen kann, haben wir schon einiges an Medaillen abgeräumt und mein persönliches Highlight war die German Open letztes Jahr in Düsseldorf mit der Anke. Wir haben eben Doppelgold geholt. Wir waren auch zusammen auf Weltmeisterschaft schon in Österreich, in Wels und haben uns da die Bronzemedaille in Klasse 2 im Doppel ergattert. Genau, und es ist jedes Mal ein Erlebnis, weil dann so viele Leute kennen. Wir würden gerne alle bitten, die an Parkinson erkrankt sind, probiert einfach mal Ping-Pong-Parkinson aus. Auch andere neurologische Erkrankungen. Wir haben durchaus auch Leute da, die das auch vorher dachten, dass sie das nicht können. Aber es ist tatsächlich möglich. Und uns jetzt die Bälle um die Ohren hauen. Genau. Wir trafen uns vor einem Jahr und da war es mir schon klar, dass du etwas ganz Besonderes bist. Dein Lachen, dein Optimismus bist, wer du bist. Du schaffst es, jeden zum Lachen zu bringen. Dein Strahlen tut einfach nur gut. Und wenn du mir dein Lachen schenkst, dann fühle ich mich gut, weil ich bin gern genug.